Aaaaah, aaaaah, aaaaaah, 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 aaaaaah. Yo! Flöckchen! Oh, ihr wärt mal ein hyperaktives Rentierchen. Mein Name ist Noel Kringle. Morgen, Prinzessin. Meine Rebhuhn am Birnbaumunterhose muss in die Wäsche. Oh, dann wurde mein Weihnachtswunsch ja schon erfüllt. Weihnachten liegt in meiner Familie. Mein Vater war Santa und jetzt ist mein Bruder Nick an der Reihe, die Mütze zu tragen. Wenn einer die Rote verdient, dann ja wohl er. Er hat ein Kätzchen aus einem Baum gerettet. Also ist er artig? Noel, wird dein Bruder bis Weihnachten soweit sein? Na sicher, er ist ein Kringle. Ich will das nicht machen. Das machst du großartig. Ganz toll, ganz toll. Glaub an dich. Das läuft alles andere als gut. Manchmal habe ich diesen Traum, hier rauszukommen. Ein Santa mit Nervenzusammenbruch ist keine Lösung. Nimm dir ein Wochenende in der Auszeit. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren ist dein Santa verschwunden. Er sollte sich nur das Wochenende freinehmen. Es muss ein neuer Santa her. Gabriel, Kringle? Ich? Ich bin in der Technikabteilung und ich liebe es. Gibt's keine Rettungsaktion? Würdest du mir erklären, was du da treibst? Ich hole meinen Bruder zurück und du wirst mich begleiten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir suchen Santa Claus. Du verrestst niemanden, wer du bist. Wo kommst du her? Aus einer Kleinstadt im Norden. Oder wo du herkommst. Sir, es ist ein Privileg, diesen Anzug zu tragen. Ziehen Sie sich eine Hose an. Wie ungezogen. In weniger als 48 Stunden ist Heiligabend. Das könnte doch der perfekte Zeitpunkt sein, um ein Online-Lieferservice zu starten. Wir müssen Santa finden. Seit tausenden von Jahren lassen wir Glöckchen klingen und bringen Geschenken. Wir müssen dafür sorgen, dass sich daran nichts ändert. Mir ist so heiß. Oh, gibt's in dieser Stadt kein Eis? Hallo? Ihre Hose gefällt mir so fröhlich. Das ist eine Yoga-Hose, genau wie Ihre. Das ist meine Joghurt-Hose. Nein, Yoga-Hose. Ich liebe Joghurt-Hose. Herabschauendes Rehntier. Ich hatte gesagt, übers Wochenende. Niemand hört mir zu. Tu das nicht, bitte. Wow, das hat hier echt eine große Bedeutung.